Und? Was sagt er? Juhu! Das ist ja noch wenig. Warte! Erst zu Ende! Ja, ne? Klappig! Jetzt geht's erst los! Ja, Benni! Haha! Juhu! Wollt ihr sonst noch mit der Bahn mitfahren? Ja! Nach Hause! Ist ja ne Frau auch noch was von ihr gehört! Meine Frau wohnt hinten in Matan! Warte mal! Habe ich heute! Klüster! Brustel! Brustel! Ui! Ah, wie schön! Na, vor 100 Jahren, mach bitte mal was aus! Ja, ihr macht das schon! Ich mach gar nichts! Ich suche jetzt mal! Doch, keine Videos! Ich wollte nicht so ein Video machen! Nein, ein Video macht er erst jetzt! Entschuldige bitte! Der mach ich halt so ein Tuch! Haha! Shit! Aber Riegel war ja noch ein Fahrerfahrt. Wohl! Sieht ja unabhängig! Du hast Blitz an! Mach den aus! Ja! 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 Du hast Blitz an! Mach den aus! Ja! 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 Ich hab ne Böne, glaub ich! Ich hab ne Böne hervorglopfen! Ja! Ja! Hahaha! Wollen wir mal gucken, dass wir hochkommen. Inwiefern haben sie scheiß Timing? Oh, in welchem Haar nur, ja bitte. Ich muss nur, dass da eine Stadt ist. Hey, Licht aus! Das Licht aus!